So, als nächstes machen wir die Disco. Hallihallo, wer sitzt am Klo? Die Disco mit dem... Hmhmhm. Zack, weg mit dir, hast du irgendwas? Nee. Verprügeln sich eh alle gegenseitig. Du hast ein Glas, das ist gut. Dieses Champagnerglas ist so heftig. Vom Damage her. Schlitzt die einfach alle auf damit. Oder der Aschenbecher, der ist auch bombastisch. Oh, da hat jemand einen Kamm im Kopf stecken. Darf ich den Kamm mal haben? Zack, den hat's... Oh, da ist ja noch ein Kamm. Ja, der ist auch tot, sehr gut. Stock. Oh, ist ne Zwickmühle hier. Ich wollte den Stock haben. So, und jetzt störe mich dann nicht. Ich wollte gerade aufs Klo gehen. Zack, hier ein bisschen reinprügeln in die Menge. Außer es wollen natürlich Leute was von mir, dann wechseln wir da mal schnell das Ziel. Den hat's erwischt. Meiner hat's auch das Hirn richtig schön. Alter, der hält aber viel aus. Okay, er hält nicht mehr viel aus, der Security-Mann. So, wir stechen hier mal ein bisschen in die Leute rein. Den haben wir einfach K.O. geprügelt. Ist das ein Schuriken? Ja, ich glaube, oder? Das ist ein Barkeeper. Ist hier eine Waffe? Wow. Das hat mich jetzt überrascht, dass die da plötzlich hinter den Theken gehen. Hinter die Theke gehen. Oh. Wie nennt man die? Nanchuki? Diese Minya-Dinger. Warum haben die alle einen Ding im Kopf stecken? Oh, danke für den Stock. Der ist super. Da fliegen immer die Gegner durch die Gegend. Weg mit dir. Da ist der DJ verreckt. Joa, es tut mir sehr leid. Der Stock ist einfach so gut. So, wir müssen hier ein bisschen strategisch vorgehen. Die halten nämlich ein bisschen mehr aus. So, vier haben wir noch. Drei. Zwei. Okay. Nur mal den einen hier. Den Yakuza-Boss. Mit dem kann man natürlich auch nix machen. Also, den kann man nicht wegtreten. Ah, hier ist noch ein Champagnerglas. Hier. Magst du? Ich geb dir das sehr gerne. Nein. Jetzt bin ich an dem verreckt. Ah, so ärgerlich. Gut, nochmal. Ja, das macht halt so viel Schaden, das Katana. Das ist schon sehr, sehr unlustig. Alter, wie der da durch die Luft geflogen ist. So, hier. Okay, die Frau war ein bisschen auf Droge, glaube ich. Hallo, Klo-Typ. So, da ist eh niemand. Aua. Ich brauch das hier mal. Bisschen reinschmetzeln in die Menschen hier. Tschau. Frau-Designs sind aber auch neu. Was haben wir hier? Ha. Aha. Ah, da kommen wir von hinten rein. Okay. Willst du mich nicht angreifen, Mann? Oh, Mann, oh, Mann. Was muss ich denn noch alles an deinen Kopf werfen hier? Ah, er ist schon wütend. Boah, er hat mich auch getroffen. Mist. Da war seine Friese weg. Den Kamm hätte ich aber gern. Den Kamm da so in den Kopf stechen. Hier, darf ich dein Glas haben? Danke. Der ist auch tot. So, was haben wir denn hier noch? Oh. Geldscheine. Danke für den Stork. Ich freu mich. Da liegen noch voll viele. Da ist die Musik aus. Ah, da wurde ich wieder getroffen. Spielt teilweise so übermütig. Oh, ich glaube, der macht wieder weiter Musik, oder? Nee. Die erlebten. Der lebt auch noch, aber jetzt nicht mehr. Kommen jetzt die Security, Leute? Ja. Ja. Ist der tot? Ich glaube nicht, oder? Der ist tot. Der ist jetzt auch tot. Muss ich hier teilweise schon echt konzentrieren. Der ist jetzt auch tot. Wo ist denn aber der vorletzte? Sind die letzten zwei? Stecken die irgendwo fest, oder? Ja, ganz toll. Die haben sich da gegenseitig blockiert, da oben. Okay, gut. Wir starten nochmal. Oh, was war das? Weg mit dir. Der ist auch weg. Sehr schön. Wir müssen hier ein bisschen mit der Menge gehen. Wir müssen hier ein bisschen dezimieren. Hier sind zu viele Leute in der Bar. Corona, Leute. Corona. Ihr müsst hier raus. 20 maximal. Hier sind zu viele. Hier sind zu viele. Hier sind viel zu viele Leute. Raus. Ich bin der Rausschmeißer. Corona-Partys nicht erwünscht. Hm. Haben wir hier noch irgendwie Zeug? Ja, hier haben wir noch ein... Oh, was macht der? Der holt sich die Waffe. 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 So, wir müssen mal rein hier. Äh, gar nicht gut. Hier liegen noch Haare rum. Danke. Das hat dir nicht gefallen. Das tut mir aber leid. So, hier ist eh nirgendwo mehr drin. Wow. Du hast mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Nein, 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 nein. Dreckig, komm da nicht raus. Hier ist ja noch einer. Weg mit dir. Der müsste tot sein. Da ist einfach der Kopf abgefallen. So, der Security-Typ, der müsste auch tot sein. Also, wenn der wieder aufsteht, dann weiß ich auch nicht. Ist ohne Kopf ein bisschen schwierig. Wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Es sind auch immer zu viele Leute in der Bar. Viel zu viele Leute. Viel zu viele. So, wir gehen das jetzt ein bisschen ruhiger an. Der ist weg. Sehr gut. Ah, es kommen aber gleich alle. Diesmal hat es wieder geklappt, dass sie da alle bei der Tür rausgefunden haben. Danke für deinen Kamm. Ich freue mich. Das ist so dumm. Ist hier irgendwo in der Waffe rum. Den hat er zerwischt. Sehr gut. Drei haben wir noch. Zwei. Einen. So, wir müssen schauen, dass wir hier irgendwie... Hier, trink was. Wie geht es dir besser? So, dann musst du mal weg. Warum liegt hier nirgendwo in der Waffe? Ey, 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 da hält halt viel zu viel aus. Ah, und diese Reichweite auch. Der schon aus dem Kopf blutet. Dem geht es noch immer gut. Hm. Mal hier. Joa, nehmen wir das da. Oh. Mann, warum... Hier liegt was. Sehr geil. Haben wir es jetzt endlich geschafft. Dann wieder raus. Corona-Party haben wir beendet. Passt.